hallo zusammen heute geht es mal ein kleines nettes filmchen von meinem katzenpärchen dem weißen kater janni und der schwarzen katze mira ja sie haben sich immer sehr lieb jeden abend dieses leck zeremoniell rein platonische liebe sind beide kastriert was anderes geht er halt nicht mehr aber deswegen gibt es halt auch keinen nachwuchs das ist ja in gewisser weise praktisch ja die bilder sind selbstredend und sich gar nicht viel zu sagen manchmal geht es auch prügeleien aber heute eben nicht es hilft da heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020